Und nun Sergio Ramos. Groß. Super Timing, den Ball holt er sie. Esco am Ball. Und Ronaldo. Nun Esco. Und nun Marcelo. Sergio Ramos. Ronaldo zieht ab. Ein unfassbares Tor. Da waren sie nicht nah genug bei Ronaldo. Ja, aber es ist aber auch extrem schwer. Die Portugiesen, die kannst du nicht ganz ausschalten. Wichtig für Real. Damit liegen sie jetzt vorne. Und Robben treibt den Ball nach vorne. Verteidiger ist bei ihm und dann geht der Ball ins Aus. Und Ramos. So nicht groß jetzt. Und nun Cabajal. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Da ist der Ball weg. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Lewandowski. Lewandowski. Und Tor. Alles wieder offen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Ball bei Benzema. Das ist große Klasse, wie er das Tor gemacht. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. Der FC Bayern hier jetzt mit dem Rückstand. Jetzt Arjen Robben. Super Flanke. Nuller. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Was sagst du zum Tor der Bayern? Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen. Wirklich. Und da haben wir nochmal das klasse Kopfballtor. Toll vorbereitet. Und dann stimmt auch das Timing beim Kopfball. Und absolut sehenswert. Jetzt Kroos. Gareth Bale jetzt. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Und jetzt Müller. Den muss er jetzt machen. Da er gut verteidigt. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Und Lewandowski. Isco jetzt am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt der Schuss. Da passt der Klazer auf. Die Ecke kommt jetzt vom Kroos. Neuer ist da. Mit der Faust. Sehr gute Aktion. Lewandowski hier unter Druck. Und Karin Benzema. Gareth Bale. Das ist der Treffer. Fünf Treffer haben wir gesehen. Da steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Robben jetzt am Ball. Was macht er? Marcelo am Ball. Da ist er aufmerksam. Und hat den Ball. Klasse. Weiter Pass geht zu Thomas Müller. Jetzt haben sie den Ball verloren. Start gemacht. Das könnte was werden. Da passt er auf. Klasse, dass er da rauskommt. Und so kann er den Ball eben halten. Klasse Aktion. Thomas Müller jetzt. Der Ball kommt gut. Die Flanke kommt in Richtung Lewandowski. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Oh, da geht er vorbei. Fällt jetzt das Tor. Gute Aktion. Die Gefahr erstmal vorbei. Das ist ein Eckball für die Bayern. Pepe. Gefahr erstmal vorbei. Das könnte gefährlich werden. Souverän, der hat den Ball. Toni Kroos jetzt. Und Gareth Bale. Bale. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Ich finde das. Jetzt geht's weiter. Die Münchner stoßen an. Robben zieht das Tempo an. Erz Ronaldo am Ball. Benzema. Modric. Tomas Müller jetzt. Alaba. Jetzt Vidal. Erz Modric. Marcelo am Ball. Groß. Und jetzt La. Zuspiel für Robben. Dem Ball spielt er raus. Jetzt die Flanke. Den Schub. Er pfeift. Er gibt den Elber. Aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Er macht das Tor. Guter Elber. Sauber vom Punkt verwandelt. Robben ganz abgeklärt macht er hier das Tor vom Punkt. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivbein bei der Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Nunesco. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Xavi Alonso. Die Flagge kommt gut rein. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. Er steht im Abseits. Gut gesehen. Toni Groß jetzt. Cabajal am Ball. Nun Pepe am Ball. Nun Ramos am Ball. Marcelo jetzt am Ball. Der Ball ist draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. Und nun Ronaldo. Und nun Ronaldo. Lewandowski. Da ist der Ball im Tor. Sie haben die Führung. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, mit ganz wenig... Kraft und viel Gefühl versenkt. Wer jetzt? Wer jetzt? Wer jetzt? Unvermöse. Ronaldo am Ball. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Sechio Ramos jetzt. Und jetzt geht's. Jose Rodriguez. Kurz Unterbrechung. Freistoß gegen den FC Bayern. Zuspiel auf Müller. Er geht vorbei am Verteidiger. Gesetze Rodriguez. Er hat zwar ran. Jetzt Benzema. Gesetze Rodriguez. Klasse aufgepasst vom Torwart. Er versucht's. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Pepe. Robin. Kann er den Ball behaupten? Marcelo jetzt am Ball. James Rodriguez. Bale. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Unvermess. Jetzt Alonso. Jetzt Lewandowski. Und Real am Ball. War da. Das macht er gut. Er gibt abseitig. Da war der Spieler durch. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut sich hier noch was. Ball bei Waran. Super gemacht. Bitte Hacke. Jetzt wieder die Bayern. Der Blick auf die Uhr. Neun Minuten bis zum Ende. Kurz gestrauchelt, aber er fängt sich. Der Ball spielt er zum Torwart zurück. War jetzt bei Lahm. Jetzt ist hier noch mal richtig Feuer drin. Real Madrid mit dem Ausgleichstreffer. Und ihnen ist mehr zuzutrauen. Und sie haben jetzt Rückenwind. Ein paar Minuten sind noch. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe damit nicht mehr gerechnet. Unfassbar. Drei Wechsel auf einmal. Das ist in der Tat eine drastische Maßnahme. Das war heute mal wieder ein Spiel für die Zuschauer. 4 zu 4 der Entstand.